Wenn ich eine Million Dollar hätte, könnten wir den ganzen Tag im Bett bleiben. Wir müssen Leute entlassen, John. Und Sie sind der Erste. Wir haben viele Bewerber und alle haben mindestens zehn Jahre Erfahrung. Okay. Denkst du, dass alles gut wird? Du wirst einen ganz tollen Job finden. Die Antiquitäten-Show ist in der Stadt. Vielleicht finden wir was, womit wir ins Fernsehen kommen. Das tut mir jetzt wirklich leid, John. Sieh doch! Er spuckt Geld aus, wenn du dir wehtust. Wir müssen schwören, aufzuhören, bevor es außer Kontrolle gerät. Okay, bei einer Million hören wir auf. Einmal Brasilianisch. Das muss alles weg. Machen wir es auf die altmodische Art. Und John? Bist du noch in derselben Firma? Wir sind jetzt unter die Privatinvestoren gegangen. Euch scheint es ja ganz gut zu gehen. Shabbat shalom. Wo ist der Teekessel? Für ihn hat unsere Großmutter ihr Leben aufs Spiel gesetzt während des Holocaust. Wir müssen rausfinden, was das Ding ist. Der Teekessel besitzt übernatürliche Kräfte. Sie sind in große Gefahr. Die meisten Menschen quälen sich ein Leben lang und kommen nicht vorm Fleck. Das ist ein Geschenk der Götter. Wir wollten aufhören, wenn es ausartet. Au! Ja! Ich denke, es ist ausgeartet. Du hast zu etwas Bösem. Es ist ein gar nichts Böse daran mehr zu wollen. Was zur Hölle ist mit deiner Presse los? Die hängt das Auge raus. So ein Kotzer. Was auch immer da abgeht, das ist es nicht wert. Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Was für einen Hund habt ihr eigentlich? Ich habe gestern Nacht Gejaune gehört. Wir hatten nur ziemlich wilden Sex. Ich habe gestern Nacht Gejaune gehört. 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 Ich habe gestern Nacht Gejaune gehört.